rentenerhöhung 2024 welche personen welche rentner bekommen denn die rentenerhöhung überhaupt ausgezahlt mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24 die wir warten auf die genauen zahlen der rentenwerte und bei uns den die telefone nicht mehr still wir bekommen ganz ganz viele e mails mit ganz ganz vielen fragen zum thema rentenerhöhung 2024 unter anderem auch die frage welche rentner nun davon betroffen oder umfasst sind begünstigt sind von der rentenerhöhung ich hatte ja kürzlich ein video gedreht zum thema welche rentner davon nicht umfasst sind bitte schauen sich das noch mal an wir packen das dann auch in die video beschreibung rein also aber erstens es bekommen alle gesetzlichen rentner im wesentlichen alle gesetzlichen rentner außer die aussparungsrentner da hatte ich auch schon mal was dazu gesagt die rentenerhöhung das sind die alters rentner das sind die rentner wegen die eine erwerbsminderungsrente bekommen und auch die hinterbliebenen rentner also die witwin rentner die witwin die witwer rentner und auch die erziehungs rentner und natürlich auch die weißen halbweisen rentenbezieher die bekommen auch die rentenerhöhung meine damen und herren dann natürlich auch diejenigen die aus der landwirtschaftlichen altersversorgung eine rente erhalten also zum beispiel eine altersrente für landwirte oder aber auch eine erwerbsminderungsrente und last but not least nicht zu vergessen auch die unfallrenten die gesetzlichen unfallrenten werden angepasst und zwar wird dort nicht die die rente sozusagen direkt erhöht sondern das geht über den umweg und zwar über die anpassung des jahres ihr arbeitsentgeltes welches berechnungsgrundlage für die höhe der gesetzlichen unfallrente ist das heißt also diese prozentualen beträge werden dann obendrauf geschlagen und erhöhen dann auch die unfallrente ja meine damen und herren das soll es gewesen sein ganz einfache geschichte im grunde genommen alle gesetzlichen rentner die rentner erhalten nicht die betriebsrentner und so weiter das hatte ich schon gesagt aber das soll für den einstieg erstmal für sie ausreichen ich wünsche ihnen wie immer eine wunderbare rentenstarke woche in erwartung dass wir eine richtig tolle rentenerhöhung bekommen ich brenne wirklich dafür dass hier nicht nur 3,5 prozent werden sondern halt eben ein bisschen mehr denn wirklich sie haben sich alle verdient 21 millionen rentner in diesem land haben doch jetzt wirklich zwei jahre oder drei jahre genug geblutet inflation und so weiter da muss jetzt eine richtige packung drauf 56 7 prozent das wäre aus meiner sicht nur angemessen alles andere wäre ein tiefer schlag ein tiefer schlag auf das kinn und in das gesicht deswegen hoffe ich dass hier hubertus heil uns bald gute zahlen geben wird näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super starke rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel